Die Trockenheit der letzten Tage führt mittlerweile auch dazu, dass die Waldbrandgefahr am Landkreis Vorpommern-Greifswald weiter steigt und sich stetig erhöht. Unsere Feuerwehren sind für diese Einsätze bestens ausgerüstet und in der Lage, schnell zu reagieren, um größere Schäden zu vermeiden. Dafür ist es wichtig, dass Sie als Bürger, wenn Sie Rauchentwicklung feststellen bzw. auch kleine Feuer entdecken, diese umgehend an unsere Rettungsleitstelle unter der Notrufnummer 112 melden. Diese alarmiert umgehend die nächste gelegene Feuerwehr, die dann eine weitere Ausbreitung verhindern kann und Löschmaßnahmen ergreift. Des Weiteren bitten wir Sie als Bürger eindringlich, werfen Sie keine Brände in Zigaretten aus Autos, machen Sie keine offenen Feuer auf Wiesenflächen, aber auch in Wäldern oder in der Nähe und parken Sie keine Autos auf Wiesenflächen ab, da auch durch heiße Katalisatoren Brände entstehen können. ...